Aber wärst du umgekehrt genauso motiviert, wenn du sehr wenig Geld verdienen würdest? Was heißt sehr wenig Geld? Also, wenn es halt nicht zum Leben reichen würde, dann müsste ich das halt in meiner Freizeit machen, obvious. So, I don't know, 15k im Monat, ja, 15k im Monat ist mega wenig, dicker, oh die shit. Das ist ja fast gar nichts, Tropfen auf den heißen Stein. Nee, Digga, also, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde nicht sagen, dass Geld jemals das war, was mich so krass angetrieben hat. Es ist halt nice to have, so, und ich bin auch bestrebt, mehr Money zu machen. Das ist auf jeden Fall auch so, natürlich, ne, aber es ist nicht das, was mich antreibt am Ende des Tages. Wenn da zwei Sachen sind und das eine macht mir weitaus mehr Spaß, bringt mir aber die Hälfte des Monkeys, und das andere macht mir keinen Spaß, bringt mir doppelt so viel, dicker, dann mach ich niemals das für das doppelte Money. Wofür? So, wenn man halt darauf angewiesen ist, dann okay, aber bin ich halt nicht, Dinger. Aber wenn du zum Beispiel dauerhaft nur auf 40 Viewer bestehen bleiben würdest, ja, dann würde ich vermutlich irgendwann aufhören, ja. Aber das liegt nicht an Geld, sondern das ist mehr so, die Leidenschaft an diesem Entertainment-Ding hier, ist auch die Leidenschaft an mehr und mehr Viewer, mehr und mehr Follower. Das ist Part der Leidenschaft. Es ist Part der Leidenschaft zu sehen, wie dein Channel wächst. Es ist wie so ein Kind, was man großzieht. Weißt du, was ich meine? So, weiß ich nicht, wenn dein Kind irgendwie bei drei Monaten stuck wäre, würdest du auch irgendwann austapen. Okay, der Vergleich ist wack, aber ich verstehe, was ich meine.